Seid herzlichst gegrüßt meine lieben Brüder und Schwestern und diverse, die bitte auch grüßen, politisch korrekt. Und ganz besonders herzlich grüße ich auch natürlich besonders die liebe Uschi aus meinem Forum auf lauraweb.de, dann meine lieben Arbeitskollegen, den lieben Sondler Felix, den lieben Markus und den lieben Roland. Besonders herzlichst gegrüßt. Und jetzt geht es auch los hier und wir haben jetzt die Giftampulle richtig gemischt und müssen jetzt einsetzen. Ich habe hier nochmal gespeichert und jetzt gehen wir nochmal, weil wir letztendlich das Armband hier brauchen, da müssen wir aber erst die Ampulle, das Gift versprühen, das haben wir immer noch nicht. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Haben wir nicht, ja. Äh, ja. Wir haben die Giftampulle, jetzt müssen wir die einsetzen. Die zwei haben wir gebrutzelt mit dem Granatwerfer. Brandgranaten brauchen wir da, weil wir keinen Flammenwerfer jetzt hier haben. Die zwei Dinger haben wir aufgesperrt. Da haben wir, nee, ich muss das erst tiefkühlen, das Ding. Also wir haben es richtig gemischt. Da drüben, da drin haben wir es gemischt. Und jetzt müssen wir da die Leiter runter. Und da wird es happig, Freunde, wieder mal. Da kommen zwei Licker mindestens. Und dergleichen. Jetzt müssen wir da runter. Da kommen jetzt zwei Licker hoch, 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 hoch. So, hier ist erst mal nichts mehr, oder? Ist da noch was? Da, hallo. Eine Karte des Labors. Oh, hier, hier. Und ein Schließpücher. Ja, das nutzen wir jetzt viel, Freunde. Na ja, würde mir aber, ich spiele mit Trainer auf Hardcore. Weil ich war noch viel hohes Wort. Jetzt können wir, jetzt müssen wir da. Und jetzt kommen die Licker. Das meiste ist ja praktisch dasselbe wie im, wie im ersten. Also, jetzt kommen aber die Kollegen. Oh, warte. Da kommen wir hinterher erst rein, oder? Äh, müssen, wir müssen den Strom einschalten. Jetzt warte. Wir müssen den Strom einschalten. Da hinten. Kommen die, äh, hä? Wer ist hinterher? Nimm's halt. Kann ich das gleich wieder wegschmeißen, hier? Kommt jetzt einer. Allkraut, ja, soll ich auch, entschuldige. Muss ich leider wieder entsorgen. Und jetzt müssen wir, da stehen noch gleich auf, den Strom erst einschalten. Und wieder Exkremente hier, hallo. Also, man merkt schon, ich bin, ja, nee, oh, jetzt müssen wir erst Strom einschalten, oder? Was sagt die Lösung? Äh, Snackautomaten. Nehmt die Munition. Hä? Kümmert euch erst einmal um die Zombies. Äh, muss ich die Feuer brutzeln, oder, oder wie, oder was? Warte, und jetzt sind, sind ein Haufen, zwei Haufen hier, komm, ja. Soll ich die Feuer? Oh, oh. Oh, oh. Kümmert euch vorher um die Zombies. Reicht das jetzt da, oder wie? Ah, der kommt noch nicht gut. Grüße. Reicht das? Die kommen, die kommen. Die kommen immer noch. Und da hinten ist auch einer. Uah. Entschuldige. Also, ich spiele natürlich auch leicht humoristische Effekte, zum Beispiel, wo da die eine, wo man im Computer war, und dann dieses E-Mail, und dann stand darunter, bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Ich kann nicht mehr. Bitte nicht auf diese E-Mail antworten. Bleiben die jetzt erstmal liegen? Oder kommt da noch einer? Jetzt haben wir erstmal, hä? Wir haben es. Also, bis auf das Ding da, jetzt müssen wir das, äh, U-R-F, U-R-F. Jetzt warte, jetzt muss ich den Ding auf U-R-F einstellen. Den Kollegen. Huch, jetzt dachte ich schon, der ist weg. U-R-F. Oben U-R-F einstellen. Und jetzt. Jetzt. Und jetzt einsetzen. Oder? Aha. Kühn, 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 kühn. Und jetzt. Jetzt, wenn ich da hingehe, dann kommen die Licker, Freunde. Dann kommen die Licker. Ich muss jetzt. Aha, ich mag nicht mehr. Da links rein, oder? Was sagt der Lesung? U-R-F-Modulation. Das ist ein Granatwerfer. Zwei Licker. Warte noch. Äh. 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 Oh, weia. Oh. Na komm. Wie viele Zettelkirchen. Ich will nicht. Ich will nicht. das ist auch fies der zeigt mir den stinkefinger oder bin ich blöd der zeigt mir doch den stinke ich kann nicht mehr also das spiel hat leicht humoristische effekte ich kann nicht mehr war da noch eine e mail bitte nicht auf diese e mail was war das für ein ding für was braucht man das wieder das hat schon roten haken brauche ich nicht mehr oder wie ach da ist der code ach da wäre jetzt der eine code gewesen aber den haben wir schon da wäre jetzt der eine code gewesen und wir haben der andere gewesen ist es wurscht habe ich jetzt alles hier ja bitte antworten sie nicht auf diese e mail jetzt kommt noch ein au da hockt eine komm her ja ich bin für ein ein äußerst friedlicher mensch aber nicht in solchen spielen also ich hätte die kollegin gerne einfach ich hätte die kollegin auch gerne da sitzen gelassen also pause drücken und selber lesen bitte antworte bitte antworten sie nicht auf diese e mail jetzt haben wir das gelesen jetzt ist weg jetzt kommen da reingehen jetzt kommen wir hier nichts jetzt sind wir ja die komik ist ja kaum noch zu unterbieten überbieten entschuldigung die komik ist vom feinsten da erwarte sonst aber da haben wir da aha muss ich irgendwas wegschmeißen weiß ich das weg und gleich wieder weg damit ja es tut mir leid aber was soll ich damit da ist mein platz voll und wenn ich es nicht mitnehmen bleibt es rot verstehst du also dann weiß man nicht hat man jetzt was wichtiges vergessen ne das war das andere der kommt ja auch noch da oder wie sagen wir mal jetzt müssen wir müssen wir das ding da einsetzen jetzt kommt der schicke jetzt kommt einer oder ne kommt keiner jetzt haben wir es aber hier kommen wir ja und jetzt müssen wir was ist im server raum wieder los verschlossene tür wann komme ich da wieder rein dann müssen wir da auch noch mal rein warte mal was sagt der lösung gifflüssigkeit in die apparatur all zurück in den fuhr was ist im server denkst du das ist der flur in den flur in den flur in den flur und wendet euch nach links über das treppenhaus genau links empfangs bereich gewächsler wo er die tüftel in die verteiler und habe ich das ist ja auch noch mal rein antworten sie nicht auf diese die arme claire weiß dies gehe ich kann mir nach unheimlich schlecht merken friert sich hier noch teile ihres körpers ab da waren wir drin da haben wir alles kommt jetzt noch ein büßer akte haben wir da auch sonst keine nirgendwo nicht schlicht 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 kommt jetzt also jetzt mit dem dreck server raum komme ich da jetzt immer komme ich da erst rein wenn ich das idee armband komplett habe oder wie dabei erstes jetzt was war hier drin ein messer ich habe schon das unendliche messer also was haben wir da noch eine schatulle schreibmaschine raum schatulle um diese server hallo leiter server warte jetzt muss ich erst wieder aber das können wir uns sorgen jetzt können wir es nehmen und gleich wieder verstauen da kommt was zusammen jetzt haben wir ja erstmal alles jetzt haben wir alles selber jetzt können wir jetzt speichern ich akte ist hier keine merke wahnsinn server hier mit lochblech alles da schon her wieso konnte man da vorher nicht rein weiß keiner jetzt können wir speichern skivirus probe im westbereich halten das war es im leer jetzt fange ich mal oben wieder an weil spaß ist halber drei metarios finden das klärt zweites mal das können wir jetzt über speichern ich behalte mir vom leeren ersten durchgang ruhig mal noch ein paar jetzt haben wir über speichert gell ruhig mal noch ein paar ja dann können wir ja schon wie spät haben was dann geht es mir langsam in den boss fight rein es kommt hoffentlich einer hier haben wir alles gell akte war da keine mehr da ist auch sonst nichts da kommt jetzt auch noch mal einer oder da ist einer kommt da war einer oder unten muss dann immer da ist aber noch musik am start kommen ja da ist noch musik hat da oben hängt noch einer da sind überwachen wo ist jetzt gehen wir darauf als kommt der andere sagt muss also ein schick gespielt ja ja das war der da über dem geländer jetzt kommen wir so jetzt können wir da reingehen da ist noch einer dann höre ich doch schon aber jetzt im meter ist immer noch was oh nein oh nein oh nein oh nein da ist nix mehr oh bitte ah jetzt muss ich wieder den modulator für was bräuchte dass die tür aufgeht oder was ist jetzt der modulator ist jetzt der modulator ach komm jetzt hab ich schon wieder keinen platz mehr was macht denn der modulator da stehe in der lösung steht jetzt wieder nix mehr ach der macht gar nichts ach der war war der im ersten mal oder wie war der im leon first one dann kann man nichts machen ja dann auch was notiz eines unterbekannten ja gut dass ich die noch gesehen habe habe ich die jetzt haben wir hier alle was ist denn das keks schachtel da hinten ist nix mehr diese schicken rollwägelchen die haben wir auch hahaha die kollegin pennt haben wir jetzt alles hier haben wir alles äh jetzt warte jetzt will ich mal wissen entschuldige jetzt pflanze ich mich mal dahin jetzt will ich mal wissen wissensdurst wissensdurst 56 vor 58 oh weia zwei akten fehlen wir noch oh weia wo kommen die noch jetzt müssen wir die giftflüssigkeit in die apparatur einsetzen jetzt sind jetzt kann man nochmal speichern da haben wir alles kann man nochmal speichern ah da jetzt müssen wir aufmachen jetzt kommt keiner jetzt kann man da nochmal speichern speichern jetzt warte das andere schmeiß ich weg den modulator brauchen wir noch wo brauche ich den nochmal drüben wahrscheinlich oder jetzt können wir da nochmal drüber speichern ja ja speichern wir da nochmal drüber ja und und jetzt achso jetzt muss ich die die flüssigkeit einsetzen hm hm flüssigkeit einsetzen ja da war nichts gell ist immer dasselbe gut da 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 können wir ja da brauche ich ein erstes armband da müssen wir da aber nochmal spaßeshalber nochmal da hinschauen der pennt der auch jetzt kann man das da reinhauen oder war da einer ne lösung wird zerstanden mhm au achso bin ich schon wieder erschreckt so viel zum thema unkrautbefall ja das spiel ist sie haben ohne genehmigung eine gefährliche lösung zerstäubt ihre taten wurden aufgezeichnet und sie müssen sich etwa in disziplinarmaßnahmen unterziehen also das spiel ist wahnsinnig witzig muss man mal sagen hier die lüftungsgitter schau her wahnsinn lüftungsgitter boah alter da ist ein lüfter dahinter wahnsinn jetzt haben wir hier aber fertig ähm soviel zum thema unkart vernichtung oder was hat die gute claire da gerade gemurmelt da gibt's nix da auch diese beantworten sie nicht auf diese e-mail also das spiel hat da humoristische einlagen da muss man da kann man aber schon mal hallo jetzt müssen wir da rein gehen kommt jetzt der eine ne der ist jetzt weg der kommt noch aber es ist keine musik jetzt äh jetzt warte mal da rum oder ne in der mitte ah ne jetzt kommt noch einer ah bitte wo kommt denn da wo muss ich denn da kommen es kommt noch einer der da der ist noch aktiv ah ne jetzt kommen wir müssen da noch einer der hat es den nicht verwurscht ah der ist ja entschuldige der ist auch noch aktiv hier der vulkan der 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 und der wurde absichtlich in schwarz weiß geträgt dr seltsam oder wie ich lernte die bombe zu lieben von stanley kubrick oder mit peter sellers in drei verschiedenen rollen ja der zappelt noch oder ja 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 seltsam jetzt können wir aber dahin gehen ist jetzt fertig jetzt fällt gleich irgendwo wieder einer runter kommen ja jetzt wird darum ist oder der sieht aber toll aus jetzt kommen das macht ja vorher auch schon doch jetzt haben wir ja alles jetzt müssen wir das kombination jetzt können wir auch den pc dann anschauen oder jetzt aber raus aus dem haus frisch auf den tisch damals ja wir haben alles jetzt aber kommen wir gut da machen wir gehen wir noch rüber in den jetzt haben wir den pc checken die musik ist doch schon an die musik ist doch schon wieder am start ich mag nicht mehr die klär ist auch schon ganz geschafft ja angehütet und ja schau mich an der ist noch nicht ganz noch nicht ganz zufrieden der kollege oder auch musik da ist so musik die der machen wir noch mal ein machen wir noch mal ein rüber rein schauen jetzt kommt aber keine musik mehr oder kommt jetzt kommt keine musik mehr na prima noch mal schnell die hände waschen wir haben wir alles hier haben wir alles da brauchen wir nicht mehr jetzt wenn wir den pc noch checken kommt jetzt kommt rein antworten sie nicht auf diese e mail wichtig wichtig pause drücken selber drücken so so haben wir alles wo ist jetzt haben wir jetzt waren wir jetzt wissen es da sechs und zwei akten firmen kommen die dann erst in der nächsten nächsten so jetzt waren wir da noch mal drüber und dann gehen wir noch da drüber das haben wir jetzt eigentlich die modulator brauche ich war mir noch mal dort drüber kommen jetzt jetzt gehen wir mal rüber und das gehen wir mal rüber und ich will das jetzt endlich fertig spielen und dann kommt schon der boss ja 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 drei minuten haben wir noch locker ja 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 schon wieder im band muss ich das jetzt hat das noch was kommt ja was sind dann da war dabei noch mal den modulator da brauchen wir noch mal den modulatori da haben wir alles jetzt video ich will die videokassette anschauen geht nicht gibt es nicht da ist ja das habe ich beim letzten mal was aber auch schon so kommen sie dann anschauen ach ich muss erst den strom also ich muss erst den strom einschalten aws oder aws das machen wir jetzt noch kommen wir aws aws RESIDENT STOP hörte .... analyzed okay wichtig jetzt glaub ich denen weg weil jetzt geht der strom Jetzt können wir den entsorgen. Und jetzt können wir die Kassette anschauen. Das machen wir jetzt noch. Komm her. Pause. Ja, das ist unklug, wenn da solche Typen vor einem stehen. Da sollte man sich doch eher leicht kooperativ verhalten, oder? Sonst, hoppla, der schaut aus. Mhm, mhm. Eben. Aber, ähm, da wäre ich vorsichtshalber doch eher leicht kooperativ, oder? Korrekt, Sir. Mhm. Roger. Nur die Proben also. Mhm. Abmarsch. Abmarsch, ja Wahnsinn. Komm her. Zentralbereich, jetzt warten wir mal. Rückgewässbereich. Jetzt, 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 komm her. Äh, jetzt können wir die Kassette entsorgen. Entsorgenraum. Und, ja, Freunde, jetzt müssen wir die E-Mail nochmal angucken. Antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Abmahn. Äh, 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 Abmahnung. Bitte antworten Sie, äh, innerhalb von 24 Stunden. Äh, äh, äh. Äh, da ist's. Da ist's. Da muss noch was sein. Da muss noch was sein. Da muss noch was sein. Sagt mal. Das pflanzen wir jetzt noch da rein. Da muss noch, da kommt aber noch ein Speicher, oder? Jetzt schauen wir noch schnell. Also, was, äh, jede Menge Waffen, äh, Terminal. Gegengift für Sherry. Also, wir müssen nochmal weiter. Terminal. Jetzt, oh. Oh. Muss leider immer alles Kleiderhaken. Oh, schau her. Hab ich da was gehört schon wieder? Oh, achso, ja. Jetzt müssen wir da durch. Wahnsinn hier. Oh, Solarium hier. Oh, oh, oh. Schau her. Wahnsinn. Jetzt gehen wir da rein, oder? Äh? Da ist dann der erste. Ah, da beginnt der Bossfight. Muss ich da wieder? Das machen wir jetzt noch schnell. Ah, also, bis zum Speicher. Da kommt ja noch ein Speicher, oder? Weil, ah, ja. Oh, disco 2000. Hier, hallo. Ah ja, da sind die schicken. So, was müssen wir jetzt? Ah, da ist nochmal E-Mail. Äh, bla, bla, bla. Jetzt haben wir Antworten zu... Oh, warte. Ist da? Da muss aber noch ein Speicher sein. Nur mal... Ah ja, da ist... Dies da noch. Dann... Da ist noch dies da. Da ist dies da. Da ist nix drin. Hallo. Ein Farbband. Warte. Jetzt muss ich... Jetzt warte. Jetzt müssen wir... Das machen wir... Also, du kannst schon ausschalten. Ich muss jetzt das wieder verstauen. Das auch. Das auch. Weil ich... Ich schaue mir irgendwann nochmal an, wie man da alles mischen kann. Äh, die Schießpulver, verschiedene Arten und die Kräuter. Da gibt es affenartig Mischungsverhältnisse. Farbband. Ja, das brauche ich jetzt weniger. Soll ich dem Boss... Dem Bossgegner das Farbband um die Ohren hauen? Ums Knie wickeln? Haben wir jetzt alles? Jetzt haben wir alles. Jetzt speichern wir uns da rein. Wo ist einer? Da ist einer. Jetzt speichern wir uns da rein. Kann man dem Boss... Ui, da hinten, da links ist die Sherry und die Annette, oder? Und der andere... Das ist der G-Virus. Nee, der andere da auf dem Bildchen. Jetzt tun wir mal... Garagenschlüssel. Jetzt machen wir mal da drüber. Ich müsste theoretisch hier alles jetzt haben, was da die Errungenschaft, die Herausforderung betrifft. Müsste ich jetzt... Alles haben. Ja, 62 von 81. Jetzt kommt noch runter mit dir. Das ist in Klairs Bossfight, den Kollegen von der Wand schießen und locker Zeit, das in 4 Minuten schaffen, statt 8. Die zwei müssten jetzt noch kommen jetzt. Das ist das, was ich jetzt noch machen kann. Hier in Klairs Story. Sonst kann ich jetzt nichts mehr machen, weil da war ich die A-Story von der Klairs noch und da war ich die B-Story vom Leon. Und das ist auch woanders Klairs in der Klairs Hauptkampagne und das ist auch in der Klairs Hauptkampagne. Also ich kann jetzt noch die zwei Bossfighterung schaffen. Gespeiert haben wir, gell? Gut, dann schalte ich jetzt mal aus. Dann müssen wir da drüben das Ding einsetzen, oder? Und dann ist schon der Bossfight. Das machen wir im nächsten... Ich mach das jetzt fertig. Ich mag nicht mehr, weil ich muss es noch zweimal spielen. als Claire A-Story und als Leon B-Story. Ja, Mann, Mann. Was soll denn das sein? Das Gehirn, oder nee? Keine Ahnung. Ja gut, Freunde, dann... Wissen Sie, das haben wir jetzt noch nicht fertig. Kriegen wir immer noch zwei. Die kommen dann in den... Zweimal, wo ich noch spielen muss, oder? Mhm. Okay, dann schalte ich mal aus und gleich wieder... Ich fahre, ich spiele das jetzt fertig. Ich mag nicht mehr. Also tschüss, bis gleich.